Radio SAW. Klasse übersetzt. Was heißt das auf Deutsch? Mit eurer Klasse und Englischlehrer Ted Stanetsky. Heute Leonie mit Remedy. Klasse übersetzt von der 4. Klasse der Grundschule Schmohn in Querfurt. Tim, Philipp, Lino, Till, José, Charlotte, Raya und Gina über eine herzensverzwickte Lage. Du bist das Beste in meinem Leben. Wenn du bei mir bist und mich berührst, fühle ich mich gut. Ich weiß, dass ich nicht die Chemie bekämpfen kann. Ich bin dir verfallen. Da ist jemand voll verknallt. Was kann sie tun? Nichts. Ich habe Angst, dich gehen zu lassen und Angst, die Kontrolle zu verlieren. Keiner weiß, wie ich mich fühle, denn ich hatte mich hinter Schatten versteckt. Und plötzlich werden die Gedanken dunkler. Die Seele färbt sich schwarz wie die Nacht. Ich halte durch, weil niemand besser ist als du, weil ich ohne dich nicht weitergehen kann. Du bist das Beste in meinem Leben. Du bist wie Musik, die mich glücklich macht. Aber da ist und bleibt Hoffnung auf einen neuen Morgen. Denn immer, immer wieder geht die Sonne auf. Es ist, als hättest du das Licht angemacht, als hättest du mein Leben farbig gemacht. Nie mehr einsam in der Nacht. Du machst das. Ich leuchte wie die Sterne am Himmel. Die Sonne geht gar nicht mehr unter und es funkelt und leuchtet überall. Leonis Remedy Klasse übersetzt von der 4. Klasse der Grundschule Schmon in Querfurt. Habt ihr auch Lust, dass der Englischunterricht mal richtig Rock'n'Roll mäßig abgeht? Dann meldet euch an. Egal, ob ihr Lehrer, Eltern oder Schüler seid. Alle Infos auf radio-saw.de Und wir sind schneller bei euch, als ihr yeah sagen könnt. Klasse übersetzt. Was heißt das auf Deutsch? Nur hier auf radio-saw.